Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen Video zu den Gardeners of the Galaxy. Nein, ich meine natürlich die Guardians of the Galaxy. Ich durfte das neueste Guardians of the Galaxy vorab spielen, habe es im Livestream für zwei Stunden gezockt und möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt hier auf YouTube zeigen, damit ihr euch ein Bild vom Spiel machen könnt. Ich gebe euch natürlich keinen Spoilermäßigen Ausschnitt, also zumindest immer noch sehr weit am Anfang gespielt, sagen wir es mal so. Und ich gebe euch eine in sich geschlossene Story, also ein kleines Kapitel, was danach sozusagen abgeschlossen wird. Wenn ihr also Interesse an dem Game habt und ihr wollt es euch mal anschauen, dann checkt gerne diese kleinen Cinematic, könnte man fast sagen, weil ich spiele einen sehr geskripteten Abschnitt für euch, wo die Stärken des Spiels meiner Meinung nach, die Grafik, die Synchronisation, die Facial Animations und Co. wirklich unglaublich krass zur Geltung kommen. Bedenkt bitte, wenn ihr mein VOD auf Twitch schaut, ihr habt da keine Lizenzmusik, weil wir ja den Streamer-Modus natürlich anhaben, aber wenn ihr es für euch privat spielt, das Game rockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Musik ist richtig nice in dem Game. Ich hatte eine Menge Spaß. Das Spiel ist unglaublich schön, wirklich unglaublich schön, auch in Kampfszenen. Es ist sehr actionreich, es ist sehr schnell, es hat unglaublich viel Humor. Und wenn ihr sowieso in einem Franchise oder in einem Genre versiert seid, schaut es euch an. Es hat selbst mich überzeugt, der vom MCU und Co. nicht alles, nicht mal ansatzweise alles gesehen hat. Und selbst ich war super schnell drin und hab's wirklich gefeiert. Es war ein sehr, sehr schöner Livestream gewesen. Schaut euch hier den Anfang an und wenn ihr Interesse habt, checkt gerne den Link in der Videobeschreibung. Der Stream, der war gesponsert und deswegen auch hier alles noch markiert, oben links und wo auch immer ihr das gerade findet, ja, checkt es auf jeden Fall aus. War eine geile Coop, hat mich sehr gefreut und vor allem, dass ich es vorab spielen durfte. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Tada! Das ist ein Patroleschip. Designation? Alles Hope. Ah, hast du gesagt, dass Hallas Hope hat? Ähm, es gibt ein... 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 ich muss tun. Ich werde wieder zurück. Wir müssen uns aus dem Geist. Jetzt! Ich bin wirklich wirklich, Peter. Wenn es auf der Lammel ist, dann alle gehen in die Präzion. Keiner geht zu den Geist. Es ist ein Schmerzverlame-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma-Lamma. Erinnern Sie, Anakubi? Nicht wirklich. Nein. Das ist weil sie die Welt verflogen, weil ein Idiot wurde in ein Exelon. Ich werde den Geist ins Space ejectieren. Woh, 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 wir nicht ejectieren. Es wird uns verletzend sein. Er könnte die Zephron-Zephron sein. Das ist weshalb Drax wird es in den Schädel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel-Kargel. Peter. Jason. Quill. Clearly, mein mittel name. Hey, Karel! Wie geht's dir? Wie lange hat es das? 2, 3 Jahre? Du bist gut. Du bist tanning. Das ist ein neues Lowe, Peter. Selbst für dich. Korrel. I swear, it's not what it looks like. That you're a junker, trespassing in the most restricted area of space. Who can sorts with thieves and murderers. Apparently, that killing people from money ain't murder lady. Und leider hab ich doch gelogen. The nav crapped out and routed us through the quarantine zone. Your navigation malfunctioned. What can I say? As soon as we noticed the air, we plotted a course, and that's when you showed up. Right. Und gleichzeitig noch X drücken muss. Das ist derselbe Daumen. There was not enough room for both. The other thing and these. Peter Quill. Of planet C-53. Under galactic law. ZXP-47. I am putting you and your crew under arrest. Actually, can I call you back? What? Please, tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech, which also happens to be very valuable. Really? What? We're on a ravager ship. Even the flark and bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. I will eject the crate into space. Eject the crate and I melt your face. The Milano's weapons systems are four generations behind Quill. We need that tech. More than we need some stupid farm animals. That farm animal? Could be a class three biohazard. You want to end up in the kiln? Wir verstecken die Kreatur und scheißen auf die Technik. What? What about my stuff? Rocket, I know Karel. I'm pretty sure I can get her to go easy on us about the tech. But her potential biohazard? Man, I'm good, but I'm not that good. Schon das Lama behalten. She wasn't a cop at the time. The point is, we were close. You just have to trust me. I am good. And that would be your boarding party. If I could just speak to Centurion Karel. Silence, prisoner. The commander has no time to meet with law-breaking pirates like you. That's just it. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Nova Corps licensing permit 67398-2. Gardeners of the galaxy? What? No. Rocket. So, I let Groot fill out the paperwork. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top five of most awesome names. Contributing members. Groot. The four of Colossus. Last of his kind. Fearless in a firefight. An awesome best friend. Rocket. Bonafide super genius and a wizard with explosives. Definitely not a raccoon. Gamora, adopted daughter of Thanos. Deadliest woman in the galaxy. Need we say more. Drax the Destroyer. Convicted serial murderer and galactic war hero. Often grumpy. Last and definitely least. Peter Jason Quill. That's it? That's all you wrote? It was a character elimination. Sorry. Excuse me. I just need to... What are you doing here? Oh, you don't know? Really? It says right here. Prisoner processing training. I'm your official trainee. Aren't you a little young for the core? Aren't you a little old for that hairdo? I should check with the captain. No. No, 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 no. She definitely signed off on this. You know how thorough she is about signing stuff. And if I may, sir, the real concern here is regulation 7A regarding prisoner foot gear. That one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great. There goes Plan B. You don't need a Plan B. I got this. No. You do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Time to go, prisoners. You know the arrest protocols. You know the arrest protocols. All memorised, sir. The first thing you do is apologize. The first thing you do is apologize for the change. The change is business like a girl. We give them a night. Everyone just do what they say. When I see Corello, I'll explain. The captain is going to see. The captain is going to see. wie es auf einem 4k fernseher aussieht das ist genau mein humor also es ist wirklich stark meine meine antworten auf fragen in der quarantine zone looking for God we caught him just like we caught you differences I know the captain as I was saying if you just tell the captain that I'm explicitly said she doesn't want to see you yeah quill wait just super clear oh ha hätte ich das noch ich hätte das besser drücken müssen ich dachte ich bin super krass indem ich instant drücke ja weil ich so schnell bin in meine reaktion aber nein ist für dadurch ausgelegt wusste ich ja ich bin super hold on quill hey kiddo you there Die englische Synchro ist richtig. Oh, es ist toll, dich zu treffen, Niki. Okay, Niki, hier ist der Plan. Du wirst aufbauen und aufbauen meine Legen, während ich mit der Liebe stehe. Das ist nicht so, wie... Trust me, kiddo. Wir haben das. See? Das ist ein Wartner... Das ist ein Wartner. Du bist großartig. Okay. Das war ziemlich großartig, oder? Woah! Danke. Mama würde mich nicht empfiehlt, wenn ich meine ersten Person. Your Mom, richtig. Komm, wir müssen hier raus. Hier. Es ist ein Blast-Door rund der Körner. Wir sind sicher da. Hier. Hilf mir mit dem. Ready? Together. On 3, 2, 1... Go! Go! Get out! Okay. Okay. Weiß nicht mal, was passiert, wenn wir in QuickTime werden verkackt? Ja, dann stirbst du und musst noch mal machen. Woah! I knew there was something wrong about that church. Who goes fishing for God in a junkyard? Oh man. This is bad. Blast-Doors kick in during emergencies. Pretty sure I can override them with my passkey. They give out override keys to trainees? Not exactly. Just give me a sec. I need my stiefel. Come on. If I can fly up to- No, you're my prisoner. And I got this. Oh, he's in. Okay, we're gonna have to find another way. Are we sure there isn't a way through here? I'm in charge here. A senior officer. Wow! You okay? Ohne die Handschellen wäre schon einfacher. Die illegalen Schuhe. Ich muss doch looten. Also ich wiederhole mich da echt gerne. Wenn mehr Spiele mit der Grafik rauskommen würden, wäre ich echt happy. Vor allem auch mit der Performance. Das Spiel ist ja unglaublich performant. Das Spiel ist ja unglaublich. Sie sind alles gut. Ich meine, sie haben alle Live-Signal. Also, was ist das Schmerz? Komm schon. Flark! Pipes müssen zuerst. Nein, 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 nein. Ich muss ihn nochmal rüberhören. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir blocken diese Feuer, damit wir durchführen können. Natürlich. Nur dass jeder sich überrascht hat. Der Käptein geht weg. Der Käptein ist noch ein Kormann. Und Sie können mir helfen oder nicht? Ja, Frau. Ich muss sie mit einem Schmerz machen. Es ist einfach so schön. Ich glaube, du bist gut. Ich bin so großartig. Das war's für dich. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Wie viele habe ich gehabt? Der gute Itz. Itz wie in Itz weg. But what else am I gonna do? Not like there's any other kids on board. You know, I didn't have a lot of friends of your age either. Granted I was in prison, but still. So mom was right about you. It was a shatari prison. I was just a kid. I have so many questions. Were your parents in prison too? No, my mom, uh, died. I didn't know my dad. Also ich weiß nicht wer von den beiden so stark ist. We fought together on Mercury during the war. She was, uh, is, a real spitfire. More like real controlling. And bossy, and judgmental. You're just a kid, Nikki. You don't know what's good for you, Nikki. Stay out of your escape pods, Nikki. I can't know what you mean. You do? This is a new low, Peter. Even for you, Peter. It's restricted space, Peter. Also ich will da hinten den... Ich muss mir den Roboter anschauen. Ist das hier der Adventure Time, Roboter? Oh, mit dem kann ich reden. Also ich weiß nicht, wie oft dieser Weg hier gegangen wird. Wenn ich mich auf deine Mutter entfernt habe, ich will wirklich wissen, weil ich vielleicht oder vielleicht nicht sehr interessiert bin. Ich muss wirklich sicher, dass es nicht so wie ein Kindergarten aussieht. Was? Nein, nein. Oh, wow. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist cool. Das ist wie dein Geheimnis, oder? Ich würde das definitiv gerne an der Brücke. Wir bleiben nicht. Ich muss nur auf Ultimo schauen, weil die Gyros sind alle schrecklich. Also... Ich glaube, wenn du in diesem ganzen Guardians of the Galaxy-Universum so voll mit drinne bist und so das wirklich eins deiner favorite Genres ist... Das Spiel ist unglaublich atmosphärisch. Also... Ich finde das Gesamtkonzept so gut. Fast auch eher wie ein Film, als ich ihn spiele. Hey! Secret-Stuff. Off-Limits. No adults. I get it. Anyway, I'm all done here. We should probably get back before mom completely freaks. Yeah. I've seen your mom overreact before. It's like... I'm not a kid anymore. You know? Tell me now. So... You get where I'm coming from, right? Alleine das Hauptmenü rockt schon. Also... Kann ich euch nicht zeigen, aber... Ich hab heute ohne Screamer-Modus reingeguckt. Ich meine... Thanks. But ideally... Mom never needs to know, I was in the hangar at all. So... I... Never saw you? Exactly! Never saw me. 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 Ich hab schon Handschellen an und klau trotzdem weiter. Almost in the elevator. Need a hand? Yes! Got it! Mom? I can explain. Nikki... I'm fine. Mom, seriously. A-okay. Barely a scratch. What in Halla's name were you thinking? Sneaking out with an arresting squad? Running around with criminals? Alleged criminals? You almost died! Do you have any idea how rounded you are right now? Mom! You promised to give me more leeway. Leeway doesn't mean lying to my officers. Or sneaking around behind my back. Like it's my fault? Some guy's ship blew up? Restricted areas are restricted for a reason. You treat me like a prisoner! You're a child! Are you even listening? Whoa, whoa! Englische Sprarausgabe ist krass. Hm. Let's just all take a deep breath and... ...recognize that... ...maybe we've all made some mistakes. Make sure the fire is out and the hangar secure. Yes, Commander. And find out why that churchman's shuttle exploded. Grand Unifier Raker has been less than cooperative. Make him cooperate. And you two? With me. I knew you'd overreact. You always overreact. Even Peter was saying so. Oh, he was? Was he? I suspect Peter misspoke something he often tends to do. So I suggest you worry less about what he said and more about what I'm saying now. For what it's worth, Nikki totally saved my butt. She handled herself really well and you have every reason to be proud of her. Coming from you, Peter, it's worth extraordinarily little. Why are you being mean to him? Just listen to what he's saying. I don't care what he's saying. Upper level. Captain's quarter. Finally. Initiate lockdown. Lockdown initiated. What, are you gonna kill us? In theory, these doors don't open until I say so. Yeah. I know how lockdown works. I don't think you do because somehow you keep bypassing every security measure on this ship and I want to know how. Or you can just show me. Mom. I think I make a joke. You know, this reminds me of the last time I was stuck in an elevator. I was with this Shiar girl and she was... Ew. What is wrong with you? She was a lovely person. Someone, please get me out of here. No one leaves until you tell me what I want to know. You already know everything. No, I don't. I know you're a magnet for danger. And that you somehow keep getting caught in restricted areas of this ship. I'm small. Okay? I fit into places. Being small doesn't get you past security. Or through the hangar bay checkpoint. There was that system-wide glitch, remember? Yeah. Yeah, security was down for a while. Well... No, it wasn't. Seemed pretty down to me. Are you seriously lying for a 12-year-old right now? 12? Oh wow, I thought she was at least 16. Peter! What? She really knew her stuff. She's a smart kid. Too smart. She keeps bypassing security. Unless... You have a level 6 access to my ship all of a sudden? Didn't think so. Nicolette Gold, empty your pockets. No. You empty your pockets. Nicky? I still have feelings for you. Excuse me? Not like... Feelings, feelings. More like... Emotions. You know? Because the explosion, and me and you, and everything we went through back in the war... Cost a lot of feelings to bubble up. I'm good now. Okay. Good. Now, if you don't mind. Look, Mom. I'm not hiding anything. I wouldn't do that. To be continued. Disengage, log down. Lock down, disengage. So, can I go help secure the hangar now? No. You can go back to your quarters, and you can stay there for the next 30 rotations. But, Mom! I can make it 30 cycles. So, rough day, huh? Exploding shuttles, quarantine zone trespassers, missing kid. Also, die Konversation sind von echt next level. Also, visuell auch und alles. I can't believe you still have him. I can't believe you survived. Mercury was what, like a thousand degrees? More like a thousand cycles ago. You can keep him if you want. He is yours. Hey, I ordered him to look out for you. Expect him to keep doing his job. Especially, you now have a daughter. Apparently. Twelve-year-old daughter. Who you didn't have during the war. Twelve years ago, when we... Peter. When we picked up your ship, part of me was excited. At first. But then after all this time, you haven't changed. At all. You're still the same... I've changed. Whatever the fine is, I'll pay. Just give me three cycles. Let me prove that I'm not still... Whatever it is you're gonna finish that sentence with. You're gonna pay seven thousand units? In three cycles? Wow, um... Okay, that is a lot of money. Here, I was thinking that maybe... The fine's non-negotiable. My search party found a disturbing amount of prohibited tech lying around your ship. Well, that's all they found, right? Okay, okay. You'll get your money on time, no problem. This Guardians of the Galaxy thing, we are this close to getting it off the ground. And if I didn't have these handcuffs on, I would show you just how very close we are. Why do I feel like I'll regret this? No, come on. When have I ever... You won't regret it! I promise. And should we... You've got three cycles, Peter. Not four, not five. Three. Contact me when you've got the units. And if we... don't? The device we installed will deactivate your ship. And you will all go to prison. Gotcha. We won't let you down. What the hell, Peter? You said you could get us out of this. I did. Seven thousand units is a small price. Seven thousand units? That is a tremendous sum. Where are you gonna get that kind of money in three cycles? By robbing a frickin' bank, apparently. Okay. So we got fined. Do we have a Nova tracking thing on our ship that's gonna shut down our engines if we don't pay that fine in three cycles? At least we're not on a prisoner transport. Not yet. Come on, guys. You're Drax the Destroyer, man. You killed Thanos. Allegedly. Are you gonna let a little fine slow you down? And Gamora, you're practically an MI6 agent, but way hotter. And cooler. There's nothing you can't do. Here it comes. Rocky, you're an actual genius and the scrappiest dude I know. How many prisons did you break out of? Seven. Seven. I am Groot. You are Groot. We're supposed to be a team. All we need to do is figure out how broke we are and come up with a plan. So check your quarters. Check between the sofa, check under the crafting bench. If you find any spare units lying around, grab them. I'll do the same in my quarters. All right. This is why you don't sleep with cops, Quill. They put bombs on my ship. My ship. Ich find's unglaublich nice, wie das Spiel dich einbezieht. Im Sinne von, die Konversationen in dem Spiel sind unglaublich geil gemacht. Und ihr wisst ja, ich hab ja nicht so viel mit diesem ganzen Universum an sich zu tun. Aber ich fühl mich jetzt schon voll drin. So, das ist... Es ist super cool gemacht. Wirklich. Also... Und ich glaube, wenn man auch mit all dem Kram hier noch ein bisschen was anfangen kann, dann ist das unglaublich detailreich, oder? Und hier sieht schon gut aus. Ciao ciao! cud